Was haben wir hier? Meine Axt ist kaputt. Naja. Ich will mir den Fisch nicht zu hauen. So. Haben wir Chilis? Chilis? Und da war nur noch diese eine Truhe drüben, ne? Hallo. Na, kennt ihr mich noch? Ich hab euch doch beim besten Mal platt gemacht. Wenn ich das mal Schaden zufügen wollte. Hm. Ups. Oh Mist. Okay. Oder hinten auch noch? Diese Stäbe sind eigentlich schon geil. Hm. Ne, hier war keine Truhe mehr drauf. Achso, die Feuerdinger waren ja hier auch mit bei. Ähm, ja. Ah. Jetzt mach ich mir wohl wieder ne Axt fertig. Ach, ich hab noch eine. Okay. Egal. Eine mehr schadet nicht. Haha. Chilis. Hier sind noch mehr. Warte aber hier auch noch lang. Hier gibt's Wege. Okay. Hey, da könnte ich mich wieder hochporten. Nein. Hier war doch irgendwo wieder diese Höhle, ne? Ja, hier. Hier war die. Ach, du schon wieder. Du lebst ja immer noch. Oder du lebst ja wieder. Hallo. Willst du mich fressen? Wollte ich eigentlich nicht mit der Axt verkloppen? Da war der Rauchgeschoss, nehmt. Okay, die tauchen auch wieder auf. Was haben wir diesmal da drin? Jupp. Da war der Rauchgeschoss. Oh, du lebst ja. Oh, du lebst. Oh, du lebst ja. Oh, du lebst ja. Oh, du lebst ja. Nein, das wollte ich nicht. Ups. War ich nicht. Das arme Viech. Also, wir wollten es schon geschockt, ne? Genau, wieder ein Opal. Dass das immer wieder auftaucht. Da unten bin ich runter, ne? Oder was ist hier? Achso, ich bin hier drüben jetzt, okay. Da, wo ich eben schon war. Äh, komm ich da hoch? Kommt bestimmt ganz oben raus, oder? Ja. Solange er wieder nach oben taucht. Fast ganz oben. Hm. Eigentlich soll ich andere warten. Aber irgendwie. Warte mal. Ja, wir haben doch noch was anderes hier in der Nähe gehabt, oder? Da haben wir einen Gegner. Ich glaube, da hinten war das. Müsste ich mal nochmal gucken gehen. Hm, hm, hm. Was ist das? Was ist das? Oh, so ein Schild. Achso. Brauchen wir nicht. Nehm ich den Weg. Das gehört doch. Ähm. Achso, hier sind wir. Er hat mich gar nicht gesehen. Da war nur eine Gegend rumgefeuert. Ähm. M, M, M. Schau mal da. Achso, da hinten ist die andere Höhle gewesen. Stimmt ja. Und da sind die. Die sind mir egal. Die kümmern sich schon drum. Das ist so cool. Hm. Naja, die kümmern sich nicht komplett drum. Was ist denn da hinten? Achso, das habe ich ja gemacht. Stimmt, er hat das in einem Krug aufgetaucht. Da war ja was. Die, 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 die. Was haben wir hier? Chilis. Leuchtsamen. Und das habe ich hier gemacht, ne? Noch ein Leuchtsamen. Genau, das habe ich gemacht gehabt. Aber dann nehmen wir das auch gleich nochmal mit. Ups. Oh, ein Rotonit. Hm. Wo ich damit Feuer entzünden kann? Hallo. Bist du ja immer noch hier? Mit Drogen entdeckt. Hm. Stimmt, jetzt bin ich wieder hier. Da oben. Da wollte ich ja mal hin. Ich weiß gar nicht, ob ich da war. War ich da? Ich habe es vergessen. Kann sein, dass ich da schon gewesen bin. Ich vermute mal ja. Hm. Okay. Sonst haben wir nix. Zwei davon. Einen davon. Sonst haben wir gar nix. Feuer entfachen, ne? Aber funktionieren die? Kann man damit Feuer entfachen? Das weiß ich halt gar nicht. Hm. Da war auch nix, ne? Nö. Miu. Der ist nicht mehr da. So. So. Weil den habe ich nämlich schon gemacht gehabt. Okay, das ist zu hoch. Nö. Deswegen immer ein Stück, wo man hochkommt. Na gut, ich kletter ihm hoch. Hm. Komme ich da ganz hoch? Nee, ne? Obwohl. Warte mal. Doch, das sollte eigentlich funktionieren. Dann kleide ich so lang. Dann kleide ich so lang. Und dann komme ich da auch hoch. Wow. Das war knapp. Ich sollte nicht ständig so viel springen. Ach, hi. Die haben mich gesehen. Nice. Ich will aber nix von euch. Können wir gestolten bleiben. Hm, hm. Oh, nochmal Chilis. Das sind eigentlich keine Chilis. Aber besser. Ja, aber haben kann man ja, ne? Äh. Da war das Ding. Dann gehe ich einmal hier hoch. Tschüss. Hm. 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 Ich wollte ja noch was mit dem Gleiter ausprobieren. Den wir am Schiltern. So. Zack. Wie der Ast schon da rausgekockt hat. Da war ich auch rum drauf. Das weiß ich. Ja. Wo hier ein Kog war. Hm. 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 Das habe ich nämlich mit dem nicht gemacht. Äh. Warum hier denn schmiedern? Ach da. Zack. Hoffentlich sperren irgendwie. Hm. Sind das jetzt alle hier? Nee. Eins fehlt noch. Was gibt denn hier noch? Was wir nämlich nicht wissen. Hm. Ist das selten, ne? Haben wir das überhaupt schon gehabt? Ich schaffe immer, ihn zu aktivieren, nur weil er im Weg rumsteht. Ah, Flammenwerfer war das. Okay. Der Flammenwerfer. Hm. Nee, da war nichts mehr drauf. Da brauche ich eigentlich gar nicht hingehen. Ich glaube, das Ding hier noch. Das wollte ich nämlich mal ausprobieren. Hm. Hui. Klappt nicht. Schade. Ich dachte, man kann drauf fliegen. Nee, kann man nicht. Zack. Nee, kann man wirklich nicht. Man kann nur extrem Schaden nehmen. Versuch was wert. Was für ein schöner Tod. Finde ich. Ja, ja. Klar lande ich wieder hier. Ja, mich auch. Egal. Da war ich, ne? Ich weiß es halt wirklich nicht. Achso, von da aus springt man ja. Das stimmt. Stimmt ja. Was? Schneller ran. Was soll das anfangen hier noch mit? Oder so komische Knüppelnack? Hm. Wollen wir mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, was wir vergessen haben. Hm. Was? Das ist jetzt gleich mal stark. Aber würde ich nicht aufgehen. Das ist egal. Hallo. Hm. Hier ist halt echt nur Müll, was du noch kriegst. Und hier kommen wir irgendwo raus. Mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas war. Ich glaube ja nicht. Achso ja, da sind wir reingesprungen von da oben, ne? Oder so. Oder was auch immer. Okay. Die Hälfte übersehe ich jedes Mal. Äpfel. Ups. Okay, so habe ich den Äpfel. Auch nicht gut. Hm. Oh, unnötig eigentlich. Aber ja gut. Ein bisschen sehr unnötig. Tintintintintintintint. War ich da drüber eigentlich drauf? Ich glaube ja. Das kommt mir aber nicht so bekannt vor hier. Hm. 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 Okay, hier war ich nicht. Och man, schon wieder gespielt. Sonanium. Drei Stück. Zack. Schön wieder Pfeile. Was ist denn da oben? Da war ich da doch noch nicht. An manchen Stellen kommst du halt echt wirklich erst, wenn du die Fähigkeiten hast. Auch hier am Anfangsgebiet noch. Prolog. Ich bin im Wasser rausgekommen. Nice. Och cool. Warum auch nicht? Komme ich hier erstmal im Wasser raus. Ach guck mal. Oder ist das die, die ich vorhin aus dem Wasser gefischt hab? Na ja, wenn. Egal. Das kann sogar sein, die ich vorhin aus dem Wasser gefischt hab hier oben, dass sie sich wieder aufgeführt hat. Okay. Ach, da war ich lang. Die Glocke, die Glocke. Ich bin da eben fast runtergefallen, ne? Ähm. Ich will grad was anderes machen. Wo waren das nochmal? Hier unten, ne? Ich bin da erstmal in der Luft. Genau, warum auch nicht? Heute mach ich einfach nur hin und her. Nichts Story mäßig oder so. Hm. Okay, das war das Falsche. Da wollte ich gar nicht hin. Warte, da hinten hin. Achso, das ist die Stelle, wo ich, ähm, den Glocke vielleicht mal durch die Gegend geschossen hab. Und ihn zu seinem Freund katapultiert hab. Katapultiert. Ja, vielleicht. Und genau das sind die Dinge, die ich die ganze Zeit da oben gesucht hab. Aber irgendwie waren da keine. Waren da überhaupt welche? Kann ich wieder nach oben? Weil? Dann sollte das jetzt machbar sein. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo welche waren. Also da war einer. Da hinten war einer. Aber wo war der letzte? Hm. Weil das mal ziehe ich mich dafür. Ich drücke immer den Falschen. Immer und immer wieder. Das kann ich nämlich dafür gebrauchen. Na, komm ich ran? Nee, ne? Nö. Egal. Ich muss sowieso wieder so nach oben. Achso. Achso. Achso, der ist noch erledigt hier. Okay. Und ich gehe dann eigentlich auch hoch. Also hier. Jo. Dann nochmal nach oben. Ach, das war die Stelle, wo ich so ganz nah rumkomme. Okay. Und ich bin dann immer nur eins in die Stellen hochgegangen. Okay. Das hier ist minimal, ey. So, dann. Schauen wir mal. Hallo, da bin ich wieder. Ah, da bist du ja. Ja. Dann lass mich das nochmal machen. So, jetzt soll ich das aber schaffen. Ja, bitte. Da war die eine. Die andere war, glaube ich, da oben drauf. Und die andere war da hinten. Beim Eis. Ich habe zwölf Stunden Zeit, bis der nächste Glockenschlag läutet. Stimmt, ja. Und die anderen Fähigkeiten habe ich nämlich nicht dadurch jetzt. Aber ich habe halt die Rüstung und so, ne? Und ohne funktioniert das, glaube ich, nämlich nicht. Und jetzt darf ich nicht auf den Boden kommen. Das ist halt auch so schlimm. Okay. Das ist eine gute Idee, war das so rumzumachen. Nichts kalt. Zum Glück fällt das immer dann in der Ausdauer wieder auf. Äh, wo waren die denn jetzt? Ups. Oh, natürlich habe ich wieder dran vorbeigeschossen. Ja, sauber. Okay, nochmal hoch. Und raus aus diesem Gebiet hier. So, jetzt fliege ich erstmal da nochmal hin. Nehme ja nicht den höchsten Weg wieder. Was ein bisschen besser ist. Von der Zeit her sollte das aber alles passen. Wee. So. Da lang. Wenn ich so mache. Ich gucke mal ein bisschen schneller vorwärts. Aber auch nur ein bisschen. Und hoch. Hm. Funktion. Warte mal, mit den Augen müsste das doch funktionieren, ne? Kann ich gerade hier suchen, ey. Da. Feuer. Okay. Das hat geklappt. Wo war der letzte? Nochmal da drüben, glaube ich, ne? Hm. Das Problem ist, ich muss erstmal eine Stelle finden, wo ich wieder gut nach oben komme. Oh, Mann. Dann muss ich da nochmal hoch. Um 9.30 Uhr. 12 Stunden. Gut. Wir haben Zeit. Aber 12 Stunden ist auch so eine Sache, ey. Und? Zeig. Boing. Wie gesagt, ich glaube, die andere ist da oben. Aber wie bin ich denn da nochmal hochgekommen? Hm. Ah, ne, da war sie. Okay. Okay. Drei Feuerstellen. Hoi. Und ich darf halt nicht dabei auf den Boden kommen. Tschüss. War halt auch nur zu voll, dass ich das hingefunden habe, als ich hier oben in die Prüfung. Wo ich oben was geguckt habe. So, ich wollte mal gucken, kann ich damit das auch entzünden? Ja. Hat denn noch irgendwo was? War das drei oder war das vier? Das Problem ist, jetzt gerade... Ich muss wieder hoch. Hm. Uiuiui, war das knapp. Das sieht mir halt aus, dass das doch mehr waren. Da oben noch eins. Aber da geht's halt auch noch höher. Und das meistens nicht umsonst. Weites Gebiet. Warte mal. Sorry, musste gerade die ganze Zeit meinem Vater helfen. Ach, alles gut. Alles gut. Das waren doch nur drei. Alle Feuer entzünden. Vergiss nicht, vor 19 Uhr zum Konstrukt zurückzukehren. Ne, wie gesagt, wenn das so ist, ist das so. Macht ja immer keinen Kopf dabei. Hm. Weil ich weiß, wenn du mal schlagartig weg bist, dass du dann irgendwie helfen musst oder so. Und wenn du dann nichts schreibst, also schreibst. So, zack. Hallo, da bin ich. Tempel der Zeit. Hallo. Gut gemacht. Du hast dich als würdig erwiesen. Wie versprochen werde ich dir nun die Geschichte der vergessenen Himmelsinsel erzählen. Der Tempel der Zeit und die umliegenden Inseln befanden sich in der Vergangenheit auf der Oberfläche weit unter uns. Aber wie du siehst, schweben sie nun in den Lüften. Das liegt daran, dass hier eines Tages der Held erwachen soll, der den Dämonenkönig besiegen wird. Dieser Ort wurde doch hoch in den Himmel gesandt, damit der Dämonenkönig und seine Schergen ihn jemals zerstören. Die große Macht der Weisen hat diesen Wunder vor langer, langer Zeit bewirkt. Dies ist die Geschichte der vergessene Himmelsinsel. Ein Sonostoff. Robuster Stoff mit Sonostiegel. Er scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Bitte akzeptiere dieses Zeichen in jener Weisen, die einst diese Orten im Vorschweben ließen. Mir wurde aufgetragen, es demjenigen zu übergeben, der meine Geschichte hören würde, es gehöre nun dir. Okay. Nice. Jetzt wissen wir auch, warum die oben im Himmel schwebt, die Insel. Hm. Gut zu wissen. Hier war sonst nichts mehr, ne? Nö. Warte mal. Bevor ich hier abhau. War da noch irgendwas anderes zu sagen? Hm. Nee, ich möchte die Geschichte nicht noch einmal hören. Tschüss. Tschüss.